So, ich bin auch zum Coaching rausgekommen und da ist mir ein wichtiger Punkt aufgetreten, wo ich dir unbedingt erzählen möchte, weil man mir sagt, ich mache gleich ein Video hier auf YouTube und ich erzähle dir mal, wie ich denn jetzt Menschen Ideen geben kann, damit sie ein einfaches Business drauf aufbauen können oder ein Querkzweig einsetzen. Das werde ich dir gleich zeigen, was wir da gemacht haben. Und hallo, ich bin Alex Hurscher, Swiss Profiler. Ich zeige Menschen, wie sie von null Ideen auf ein kontinuierliches, komplettes Online-Business aufbauen können, damit sich sechs- und siebenstellige Umsätze machen. Und heute nehme ich dich mit und gebe dir mal einige Impulse, wo ich eben wichtig gefunden habe, wo ich gerade gemacht habe und das ist nichts anderes als simple, einfache, ich sage jetzt nicht Mathematik, aber Struktur, wo ich gerne mit dir teilen möchte. Das Thema war, dass man etwas aufbaut und den Menschen mitgibt. Also die grosse Idee, und das habe ich übrigens beim Skifahren mit meinem Kunden für ihn entwickelt, und das ist wie folgt. Das, was ich dir jetzt erzähle, darum geht es nicht, dass man viele Menschen sofort erreicht, sondern dass man mit gutem Gewissen in dem Ort, wo du gerade bist, etwas weitergibt oder dem Ort auch zurück. Das Ziel ist, dass man in die Medien kommt, in die Presse, das bedeutet Fernsehen, Magazine, Zeitschriften. Wenn man da auftritt, wird man schlussendlich auch wieder gebucht und das ist auch so der Schlüssel. Das Erste ist mal, dass wir bei unserer Bergentwicklung, die wir haben, dass wir einen Grundstart haben. Und da haben wir gedacht, lass uns doch die Erfahrung, die jetzt das Restaurant hat, wo ich sie begleite, die machen das übrigens schon seit über 100 Jahren, in der vierten Generation, dass wir hier etwas aufbauen für die Läden, die herumherum sind, dass sie von ihnen Informationen absammeln können oder auch lernen können. Und da habe ich eben so einen Pfad gemacht, von Null bis zum grossen Hero. Und da habe ich mir gefragt, was ist denn überhaupt die Idee? Also was brauchen diese Läden drumherum? Was brauchen die? Das meiste ist Geld, Umsatz. Und jetzt kann man das Ganze natürlich auch wieder zurückbuchstabieren. Was ist denn und wie bekommen sie überhaupt Umsatz? Was bekommen sie, wenn sie Marketing machen, wenn sie Organisation, Struktur, Planung, all diese Sachen haben, wenn sie verkaufen können. Und das andere ist eben auch, wenn sie Ideen kreieren können, wo vielen Menschen nicht wichtig ist oder nicht bekannt ist. Ja, wenn du Ideen hast, kannst du auch ganz viel umsetzen. Und dann haben wir mal geschaut, hey, was können wir denn jetzt da aufbauen? Wie sieht das aus? Und meine Idee war, dass wir jetzt in jedem Quartal ein Event machen für diese Geschäfte mit unseren Grundthemen, wo wir weitergeben können. Das haben wir jetzt aufgesplittet Q1, Q2, Q3 und Q4. Und das erste ist jetzt mal, dass wir vielleicht mit einem Grundthema beginnen, wie zum Beispiel Organisation. Jedes Geschäft braucht Organisation, Struktur, einen Plan, damit man die Abläufe hat. Und all diese Sachen, stell dir mal vor, wenn du von einem Hotel Strukturen und Abläufe bekommst, das ist immens grossen Mehrwert, weil die haben so viele Strukturen, so viele Abläufe. Und das ist echt gewaltig, was man da lernen kann. Und da habe ich jetzt zwei Sachen aufgeteilt. Im ersten habe ich mal so gefragt, was könnten jetzt diese Menschen in diesen Läden von Organisationsstruktur brauchen? Was ist denen wichtig? In diesem Sinne habe ich mal gesagt, okay, könnte sie mal fragen, wie organisiert man überhaupt? Ist doch egal, was es ist. Oder womit plant man am besten? Da gibt es unterschiedliche Informationen, die man mir geben kann. Im anderen ist, was wichtig ist bei dem Ganzen. Also was wichtig ist bei Planung, was wichtig ist bei Prozessionen. Wer macht was? Ist auch immer so ein Riesenthema. Auch wenn du alleine bist, ja, wer macht was? Dass du auch hier diese Planung für dich machst. Die nächste Frage ist, weshalb tue ich das? Und am Schluss auch, wo? Und du siehst, da haben wir wirklich eine ganz krasse Struktur und Ordnung aufgebaust. Mega praktisch. Und jetzt kommt der Knüller, weil ich auf dem gesagt habe, okay, stell dir mal vor, wieso haben jetzt diese Läden keine Struktur, wieso haben sie keine Organisation? Also was ist der Schmerzpunkt? Und jetzt haben wir bei jedem Quartal, bei jeden Sachen auch einen Schmerzpunkt aufgeschrieben. Zum Beispiel mache ich dir hier mal einige Beispiele. Die meisten Menschen, Organisationen, haben einen Schmerzpunkt, zu wenig Umsatz. Ja, wenn du zu wenig Umsatz hast, hast du grosse Wahrscheinlichkeit, auch gar keine Organisation, keine Struktur, keinen Plan. Am anderen ist zu wenig Zeit, das hört man so viel, zu wenig Zeit. Zu viel Aufwand hört mich auch wie immer, ich bin alleine, das geht doch nicht. Team versteht mich nicht, die Menschen verstehen mich nicht, das höre ich so oft. Und die anderen natürlich auch kennen die Kundenbedürfnisse nicht. Und das ist immens, das hat echt viele Menschen, die das nicht haben. Und das gibt jetzt einen Workshop. Also den nächsten Schritt werde ich dich da noch mit ihnen planen, verfeinern, ausbessern und aufsetzen. Aber jetzt mal sehen, was du hier mit einfachen Schritten planen kannst, auf deinem Talent, wo du eh schon hast, aus Informationen, wo du seit hunderten Jahren machst, kann man jetzt das runterbrechen und anderen Menschen mitgeben. Auch wenn du von diesen Themen nach aussen wahrscheinlich, viele Menschen haben das Gefühl, das ist wie fremd. Ja, es ist nur fremd, weil man es nicht versteht. Im anderen habe ich mir dann geschaut. Okay, Q1 könnte man jetzt zum Beispiel über Organisationen reden. Was möchte man denn im Quartal 2 darüber reden? Da habe ich gesagt, ja schau mal, ich mache dir ganz viele Marketing, habe jetzt von mir Marketing gelernt. Bringt euch das denn weiter, diese Läden. Die haben zu Hundertprozentigkeit kein richtiges Marketing, kein grosses Marketing. Sie haben keinen Plan für Marketing. Und dass man das jetzt rudimentär, ganz einfach für sie aufbaut. In weiteren Ideefindung, wie findet man eine Idee, einen eigenen Workshop aufbauen. Im nächsten natürlich danach der Verkauf. Mega spannend, mega wichtig. Und ich finde das schön, dass man solche Sachen mitgibt und weitergibt. Und ich möchte jetzt einfach mal als kreative Idee dieses Video machen, weil ich höre so viel. Alex, ich habe keine Idee, ich habe kein Talent, wie soll ich das machen? Und darum habe ich gesagt, hey, heute gleich nach dem Coaching, ich springe raus und mache für dich da draussen dieses Video. Dass du mal siehst, aus welchen einfachen Sachen man da draussen etwas aufbauen kann. Am Anfang ist es ganz klein, aber es wird dann immer grösser und wird dann immer gewaltiger. Und es kommt immer weiter nach draussen, was du dem Menschen mitgeben kannst. Einfach mit der Idee, wenn du da draussen in das Fernsehen willst, in das Magazin gehen möchtest und in die Presse kommen willst, musst du etwas machen, was für die Allgemeinheit gut ist. Sonst kommst du da nicht rein oder du musst dafür Geld bezahlen. Wir möchten kein Geld bezahlen, wir möchten einfach da reinkommen und wegen dem ist das der Weg, wo du jetzt für dich einsetzen kannst, umsetzen kannst. Nimm es mal an, so wie es für dich ist. Mich nimmt es Wunder, wie dir das Video gefallen hat. Ich habe es jetzt für dich gemacht und freue mich natürlich auch von dir zu hören. Wenn du noch mehr solche spontane Videos von mir hören möchtest, dann schreib gleich da unten rein. Alex, spontane Videos, bring noch mehr. Dann mache ich das selbstverständlich, sehr gerne, sehr viel mehr für dich. Und im anderen, du kannst auch gleich die Unternehmens auch für dich anmelden für das Live-Bootcamp, weil darin zeige ich dir dann noch viel mehr, wie du aus deinem Talent Sachen aufbaust, ein Business aufbaust, wo du schlussendlich weiterkommst. In diesem Sinne hat es mich gefreut, dass du heute hier warst und wünsche dir einen ganz tollen Abend. Mach's gut und bis gleich, Alex.